Ein zweites Tag. So, das war Tag 1. Bin ich jetzt? Hoffentlich klappt das. Hey. Erschreck mich doch nicht so. Er hat erwachsen. Du bist lästig. Ähm, stimmt was nicht? Wo sind wir? Ist das nicht die Unterführung am Bahnhof? Führe die Züge. Das ist komisch. Sind wir hierher gekommen? Hier ist die Mission. Befreit die verfluchte Skulptur. Ihr habt 60 Minuten. Wenn ihr versagt, werdet ihr ausgelöscht. Die Reaper. Au. Äh, 0, 0. Der Timer ist wieder da. Was jetzt? Die Mission. Weißt du es wirklich nicht? Wenn wir die Mission nicht erfüllen, bevor der Timer bei 0 ankommt, werden wir beide ausgelöscht. Ich verrückt an. War vielleicht doch nicht so verrückt. Ich habe gesehen, was mit den Leuten am Bahnhof passiert ist. Und ich habe einen Reaper getroffen. Kann ich glauben, dass ich sowas überhaupt denke. Aber ich weiß, was ich gehört habe. Guck mal. Guck mal. Warum steht da ein anderes Datum auf meinem Handy? Weil ein Tag vergangen ist? Was? Davi, wir sind nach der Mission eingeschlafen. Aber das ist egal. Wir müssen uns auf heute konzentrieren. Ist du total verrückt geworden? Ist dir überhaupt nicht egal. Ach, mitten auf der Straße. Am helllichten Tag. Warum sollten wir da einschlafen? Also, die verfluchte Skulptur. Damit muss die Hachiko-Statue gemeint sein. Vielleicht sind wir in Ohnmacht gefallen. Dann hier wieder aufgewacht. Dazwischen ist es weg. Aber was ist der Fluch? Neku? Hat uns jemand hierher geschleppt? Oder... Hey Neku, pass gefälligst auf. Hey, ignorierst du mich jetzt? Wenn wir nicht zusammenarbeiten, schaffen wir die Mission nicht. Sei doch nicht so. Das mache ich nur falsch. Okay, hat keinen Sinn hier herumzustehen. Gehen wir Hachiko suchen. Hey. Die verfluchte Skulptur. Muss Hachiko sein. Der ist die berühmteste Statue hier. Und eine Mauer. Habe ich diesen Typen schon mal gesehen? Neku, zu Hachiko geht's hier lang. Komm schon! Ach, doch selbst. Hm, kann ich nicht scannen. Au! Was? Noch eine Mauer? Sitzen wir also hier drin fest? Nein, so schaffen wir die Mission noch nie. Er hat aber auch die ganze Zeit. Warum nicht? Weil das der Weg zu Hachiko ist. Wo müssen wir da durch? Erst dann sind wir durch die Mauer gekommen. Ist ja eine Regel. Was sollen wir tun? Steh nicht einfach rum. Überleg dir was. Erlege ja. Vielleicht kannst du mal eine Minute die Klappe halten. Neku, was ist denn? Ja, in dem roten Hoodie. Hab ich schon mal gesehen. Neku, was schnabst du denn da an? Der Typ da. Kennst du den? Fällt es mir wieder ein. Er war gestern in einer Kreuzung bei der Mauer. Wer ist das? Probier mal, seine Gedanken zu lesen. Scannen! Was ist los? Kann ich nicht lesen. Was? Du kannst ihn nicht scannen? Dann hatte ich kein Problem damit. Leute scannen. Die Regeln geändert? Vielleicht ist der Pimm kaputt. Können wir die Mission abschließen, ohne dass wir scannen können? Vielleicht liegt es auch an ihm. Vielleicht ist es gar eine Ausnahme. Neku! Was ist jetzt? Der Typ kommt genau auf uns zu. Irda. Er kennt alle Neues in dieser Gegend und löscht sie aus. Hä? Wovon redest du? Was ist die Bedingung, damit wir weiter können? Ich sehe keine Neues. Die Welt besteht nicht nur aus dem, was du siehst. Er ist weg. Wie ein gruseliger Typ. Ich weiß nicht, was er vorhat. Aber er gehört zum Spiel, so viel ist sicher. Kann nur eines bedeuten. Interessant. Steilten kann man nicht scannen. Die Welt besteht nicht nur aus dem, was du siehst. Die Neues zu finden. Hey. Komm, wir erledigen die Neues. Wie denn? Wir sind keine. Doch, wir müssen noch ihn scannen. Meinst du? Na gut, probieren wir es. Aber zuerst muss ich dich noch was fragen. Meinst du nicht, du könntest ein paar andere Pins probieren? Du hast auch noch welche, oder? Pins? Ja, wir haben dir doch eine ganze Menge gegeben. Yo. Du hast recht, in meiner Tasche. Dann probier sie doch aus. Wie denn? Erinnerst du dich an den Flammenpin gestern? Den hier? Naja, ich konnte ihn nicht einsetzen. Also vielleicht... Ah, kapiert. Manche Pins funktionieren nur für bestimmte Leute. Ich muss sie alle ausprobieren. Sache nicht umständlich. Na gut, schauen wir mal, was ich tun kann. Kampf mit dem Feind. Tippe während eines Ganges auf eines der Neu-Symbole in der Umgebung, damit Neku und sein Partner sich ins Kampfgebiet teleportieren. Als wenn es nicht schon kompliziert genug wäre. Müssen ein paar Neues besiegen, um weiterzukommen. Kann sie bei einem Scan sehen, oder? Hey, warum probierst du nicht diese neuen Pins aus? Wenn jemand sie benutzen kann, dann du! So, los geht's! Beide Pins, die Neku trägt, werden mit einem Tippen aktiviert. Tippe auf einen Gegner, um ihn mit einem Blitz zu treffen. Oder tippe auf einen leeren Bildschirmbereich, um eine Kugel abzufeuern. Bewege Neku zurück und greife aus der Ferne. Das sind meine Lieblingspins. Das sind meine Lieblingspins. So, weiter geht's. Einige Pins-Sykes verwenden Hindernisse als Waffen. Führe mit einer schnellen Bewegung einen Gieb über einen Schild oder ein Fahrzeug aus, um es durch die Luft zu wirbeln. Triff den Gegner mit einem Hindernis. Weil die Joy-Cons-Steuerung auch so präzise ist. Oh, geht aber relativ gut. Psychokinese. Und was haben wir noch? Manche Pins-Sykes werden mit einem Heap aktiviert. Halte den Psy-Knopf gedrückt und bewege den Pointer schnell über den Gegner, um einen Heap-Angriff auszuführen. Führe mehrere Hiebe in Folge aus, um einen mächtigen Angriff auszulösen. Schockwelle. Du hast recht, wir müssen scannen, um die Neues zu sehen. Damit sind sie alle erledigt. Die erfüllt. Aber was ist mit der Mauer? Sie ist immer noch... Hä? Sie ist weg? Warum? Weil wir die Neues alle erledigt haben. Das ist also der Trick, um durch die Mauern zu kommen? Aber das ist eigenartig. Was ist eigenartig? Ich habe gehört, dass man Neues nur zu zweit schlagen kann. Aber ich bin allein ganz gut klargekommen. Hm. Auch. Wie haben wir das dann geschafft? Ihr habt einen Pakt. Hä? Das ist der einzige Grund, warum ihr dem Neues schaden könnt. Ohne einander wärt ihr hilflos. Äh, Moment mal. Was ist das für ein Typ? Ich weiß zu viel. Muss einer von denen sein. Na ja, jedenfalls, du warst toll. Hä? Krass. Du hast alle Pins eingesetzt. Und? Du bist so eine Art Zeig-Genie. Komm. Ein paar Pins einzusetzen macht einen nicht zum Genie. Bin ich so naiv. Die spannendere Frage ist... Doch, wo kommen sie her? Hä? Neko, du hast zwei Spieler-Pins. Und? Warum zwei? Du brauchst nur einen. Soll ich das wissen? Warum hab ich überhaupt Pins? Oh, sie führt Psyks. Damit die Neues mich nicht umbringen. Aber wie bin ich dazu gekommen? Ähm... Äh... ...und mir wenigstens echt zu klingen. Neko, hörst du überhaupt zu? Hör auf! Ich versuche nur nett zu sein. Hör ja zu. Und woher soll ich das wissen, wenn du nur so dastehst? Kannst du nicht die Kopfhörer absetzen? Das ist unhöflich. Willst du jetzt endlich mal die Klappe? Ich habe dich gerade erst getroffen. Ich mag dich nicht. Mir geht es sonst wo vorbei, ob du mich unhöflich findest. Schrei doch nicht so rum. Was mache ich bloß? Spielt sie mit ihrem Handy? Vergiss es. Hey, warte! Uh, ein Typ! Bin schräg. Ich mag dich so rörte wie diesen hier. Die Kreaturen der Nacht lieben die Finsternis. Muah! Muah! So, weiter geht's. Neko! Halt! Wart auf mich! Wo gehst du denn hin? Wir sind Partner. Hab ich euch, Ratten? Huh? W- Wer ist da? Gestern habt ihr uns erwischt. Aber heute mach ich euch platt, yo! Äh, was? Du musst mich mit jemandem verwechseln. Neko, kennst du den Kerl? Willst du mich beleidigen? Braucht ihr einen Tipp? Dann frag doch eure Freunde. Freunde? Wovon redest du? Klappe, Mann! Mich legt ihr nicht rein! Ich kann euch nicht scannen. Ihr gehört zu denen. Mich könnt ihr nicht überlisten. Warte, nur... Beat, hör auf! Das sind keine Reaper. Das sind Spieler, genau wie wir. Was? Hier, sie haben Spieler-Pins. Spieler können sich offenbar nicht gegenseitig scannen. Erinnerst du dich? Mich konntest du auch nicht scannen. Oh. Yo, sorry, dass ich so vorheilig war. Keine Sorge, du hast uns nur erschreckt. Gestern hat uns die Tussi mit den rosa Haaren abgefangen, bevor wir zum 10-4 gekommen sind. Dann hat Pinky eine Horde Neues auf uns gehetzt. Die haben uns ganz schön vertrimmt. Deshalb warst du so auf Revanche aus. Yep. Hey, langsam. Die haben uns noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Beat und das ist meine Partnerin Ryan. Hallo. Hi, ich bin Shiki. Und das... da ist Neku. Er ist mein Partner. Der ist so edgy, der Typ. Ich liebe Neku. Ich liebe den. Warum die Kopfhörer? Ist er immer noch sauer? Nein. Er ist eben Neku. Macht euch nichts draus. Wir können... Kennen uns vielleicht maximal eine Stunde und sagt einfach... So ist der eben. Ja klar. Die kennt mich halt. Oder ihn. Oh, ist das anstrengend. Hey, ich weiß was. Ich gebe euch einen Tipp dafür, dass ich euch erschreckt habe. Wisst ihr schon, was ihr mit euren Handys anfangen könnt? Wieso? Was ist mit den Handys? Also, wir kriegen keine Anrufe. Nachrichten schicken klappt auch nicht. Wir benutzen unsere nur dazu, die Mates mit Demissionen zu lesen. Warum? Können sie noch was anderes? Ja, mal ein bisschen herumgespielt und ein paar Dinge entdeckt. Wow, du meinst, ihr benutzt eure gar nicht? Die machen euch so ein, wenn ihr... weiter spielt. Äh, kann sein. Schon okay. Wenn ihr was wissen wollt, fragt einfach uns. Wir müssen zusammenhalten, meint ihr nicht? Ja. So, Benutzung des Handys. Hast du Fragen an Rhyme und Beat? Also, die Sache mit dem Handy. Yeah, du kannst damit deine Pins auswählen. Pins auswählen? Wie denn? Also, himm doch mal diesen Pin. Dann kannst du es ausprobieren. Können wir den behalten? Ja, den haben wir doppelt. Wow, danke. Die Tussi mit den rosa Haaren. Also, wer ist das Mädchen mit den rosa Haaren? Hä? Die blöde Kuh? Sie hat uns auf der... Alle gehen Kreuzung. Also im Englischen heißt es Scramble Cross... Scramble Crossing? Meine Sohlaft. Scramble Crossing. Das hätten sie eigentlich nicht übersetzen sollen. Deswegen nenne ich die jetzt einfach mal Shibuya Kreuzung. Sie hat uns auf der Shibuya Kreuzung angegriffen. Okay, auch wenn das ganze Gebiet einfach Shibuya ist, aber diese Kreuzung ist halt sehr prägnant. Diese schwarzen Flügel, die ist sicher ein Reaper. Ja, wir konnten sie nicht scannen. Das funktioniert also nicht bei Reaper. Auch nicht bei anderen Spielern, wie es aussieht. Das haben wir auf die harte Tour herausgefunden. Sorry. Wenn sie also ein Reaper ist, heißt das, sie gibt die Mission aus? Wer weiß. Yo, da fällt mir ein. Was soll denn diese Mission für heute? Das ist doch totaler Quatsch. Ja, genau. Was haltet ihr denn von der Mission? Mit der verfluchten Skulptur oder so. Das muss Hachiko sein. Ja, das habe ich auch gesagt. Aber was ist der Fluch? Keine Ahnung. Am besten gehen wir erstmal da hin. Geht nicht. Da ist eine Mauer, yo. Schon wieder? Was soll das nur? Gauern stoßen wir auf diese unsichtbaren Mauern. Ich glaube, wir stecken hier drin fest oder so. Ich habe probiert, die Mauern einzurennen, aber sie gehen nicht kaputt. Aber durch manche kommt man durch. Hm? Wir haben bei den Mauern, wo wir durch konnten, Typen im Rot bemerkt. Wisst ihr mehr über das Spiel der Reaper? Nur, dass man sieben Tage am Leben bleiben muss. Und irgendwas mit einer neuen Mission jeden Tag. Chicken Didi Reaper? Denke schon. Ist ja ihr Spiel, oder? Und wenn wir die Mission nicht schaffen, löschen sie uns aus. Vielleicht nicht. Hä? Wirklich? Diet und ich sind nie beim Team 4 angekommen. Aber hier sind wir. Also dann... Brauchen wir gar nichts zu spielen. Super! Das können wir jetzt noch nicht sagen. Wir sollten die Missionen ausführen. Ich will nicht testen, was passiert, wenn diese Timer bei Null ankommen. 30 Minuten? Du, vielleicht? Im Glück sind unsere gestern verschwunden, bevor die Zeit um war. Hm. Unsere sind verschwunden, als wir beim Team 4 angekommen sind. Hey, meinst du, dass du und Neko die Mission beendet habt? Könnte Beat und mich davon befreit haben? Danke für die ganzen Infos. Vor allem über die Handys. Das hilft uns bestimmt weiter. Sehr gut, wir helfen doch immer gern. Jetzt könnte ich es mit allem aufnehmen. Ach. Naja, sag das lieber nicht zu laut. Ryan glaubt, dass es noch ganz schön hart wird. Yo, wir sollten alle zusammenarbeiten. Das heißt, zwei Köpfe sind besser als einer. Dann sind vier bestimmt noch besser als zwei. Tolle Idee, ich bin dabei. Du machst das doch viel mehr Spaß, stimmt's, Neko? Macht, was ihr wollt. Ich mach mein Kram allein. Hm? Was? Neko, das ist doch nicht dein Ernst. Vergiss es. Ich halte dein Gemecker nicht mehr aus. Brauch keinen Haufen fremder Leute, die mich nerven. Neko! Wie kannst du sowas sagen? Sag mich nicht. Vielleicht bin ich nur sauer. Wir sind doch auf deiner Seite. Ich kann euch nicht scannen. Ihr könnt Spieler sein. Oder genauso gut auch Reaper. Kann ich nicht feststellen. Aber die Spieler-Pins. Das reicht mir nicht. Hey, Kopfhörer. Was zum Henker hast du für ein Problem? Wir wollen euch bloß helfen und du behandelst sie. Und dann behandelst du uns so. Wirklich nicht aus, Beat. Ich verstehe, was Neko meint. Ich hätte den Mund nicht so voll nehmen sollen. Ach, Rhyme. Ach. Du mieses Stück Dreck. Leck mich doch. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Komm, wir haben ab, Rhyme. Halt, nein. Tut uns leid. Wir sind weg. Gut gemacht, Neko. Wir sollten alle zusammenhalten. Und das weißt du. Geh doch mit ihm. Weißt du, was du da sagst? Du bist ein Partner, Neko. Aber ich verstehe dich nicht. Lass mich rein. Sag mir, was du denkst. Lass dich selbst rein. Du kannst mich scannen. Du weißt genau, dass das nicht geht. Außerdem sind wir doch beide hier. Reden wir miteinander. Über was? Öffne mich nicht für irgendwen. Hier. Andere Leute halten mich nur auf. Kann die Sachen auf meine Art erleben. Neko! Sag mir, was ich machen soll. Startmenü! Ich bin unterwegs auf das Handy-Symbol oben rechts im Bild, um das Startmenü zu öffnen und auf Untermenüs zu greifen. Pins tragen! Neko muss Pins tragen, da er sonst im Kampf keine Gegner angreifen kann. Tippe auf das Handy-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm, um das Startmenü zu öffnen. Öffne von dort das Pin-Menü und wähle dort die Pins aus, die Neko tragen soll. Probiere es einmal aus. Oder einfach Plus drücken. Marken-Schatz, Schicki-Tag 2, Westausgang-Bus-Bahnhof. Ja, Schwierigkeitsgrad, normal, neues auslöschen. So, ich habe der erst einmal ein bisschen hier. Das ist das Startmenü. Hier werden die Charts aufgeführt. Es gibt verschiedene Marken. Die werden dann auch hier mit den Kürze quasi ausgestattet. Die, die auf Nummer 1 sind, muss Ratus zum Beispiel, steht für MR. Das heißt, unser Angriff wird verdoppelt. Natural Puppy, Angriff Plus 50, White Boar Angriff Plus 20 und D Plus D, Angriff wird halbiert. Das bezieht sich einmal auf Pins, die wir tragen können. Die befinden sich hier. Hier sind alle markenlos, deswegen hilft uns das noch nicht. Und einmal auf die Objekte, die wir tragen können. Es gibt verschiedene Kleidung, die man später im Spiel kaufen kann. Ja, das ist unsere Gatebörse. Dann haben wir hier die verschiedenen Sachen, die wir dann immer kriegen. In diesem Objekte-Menü. Und ja, davon hängen eigentlich die Charts ab. Also von unserer Kleidung und von unseren Pins. Das ist bisher noch unwichtig, aber das wird irgendwann wichtig im Laufe der Zeit. Ja, wie gesagt, dann gibt es Objekte. Verschiedene Sachen, die man tragen kann später. Und dann gibt es Essen, was man später dann essen kann. Hier kann man die Partner auswählen. Und dann gibt es eine Synchro-Rate, die wird auch für später wichtig. Und hier kann man halt alles nachlesen. Zum Beispiel die Gatebörse, Musik, verschiedene Sachen, die dir Tipps geben. Mit den richtigen Stickern kannst du möglicherweise den Partner-Kind auch werten. Das sind die Sticker hier. Die bekommt man irgendwann im Laufe des Spiels. So, Pins habe ich erklärt. Das sind die Pins, die wir auswählen können. Wir nehmen einmal Flammen, würde ich sagen. Dann gibt es auch mehrere Sets. Machen wir da von später. So, hier mache ich hier schon mal Set B. Da rein. Da rein. Dann gibt es gemeisterte Pins. Das heißt, ich kann diese Pins hier aufleveln, wie man sieht. Hier steht das Wachstumstempo, wie schnell die sind. Ob die sich entwickeln können. Manche Pins können sich entwickeln. Und diese Wammis hier und sowas, Tin Pin, das ist für ein Minispiel. Das wird später interessant. Ansonsten steht hier, wann ich den verwenden kann. Wie schnell die wieder, also bis ich den wiederverwenden kann. Was ich damit machen kann. Wie viele Anwendungen ich darauf habe. Bis der dann halt leer ist und sich wieder aufladen muss. Wie viel Wert der ist und was für eine Klasse der ist. Wie viel ich davon verwenden kann. Ja, und wie stark halt der Angriff ist. Und PP steht für Pin-Erfahrung. Also wie viel Pin-Points ich brauche, damit er sich weiterentwickelt. Eine Stufe aufsteigt. So. Wenn dann ein Pin gelevelt ist. Also hier hat der nämlich Stufe 1 von 2. Wenn er dann auf Stufe 2 ist, ist er gemeistert und kommt dann in dieses Fach hier. Hier kann ich auch Pins verkaufen zum Beispiel. 500 Yen. Und dann kriege ich auch mein Geld dafür. So, dann haben wir noch die Stufe, die hier aufgezeigt wird. Wie viel Lebenspunkte ich habe und wie viel Erfahrungspunkte ich brauche für ein nächstes Level. Ja. Fundrate ist auch noch wichtig. Das heißt, wie hoch die Drop-Chance ist von Pins, die ich von Gegnern kriege. Hier wird nochmal das Geld angezeigt. Und das wird später wichtig. Hier kann ich nämlich meine Stufe einstellen. Je niedriger dann die Stufe sein wird, desto weniger LP habe ich halt auch. Aber desto höher wird meine Fundrate. Gut. Dann haben wir noch die Taten. Nur ein Mensch. ESP-Punkte. Wie viel Noise-Arten ich gesehen habe. Pins ich beherrsche. Also da werden die Gemeisterchen aufgeführt. Und wie viel Objekte ich gesammelt habe. Und hier wird mir die Zeit angezeigt, wie lange ich schon spiele. Ich bin echt schon eine Stunde. Ja. Und der Partner wird mir aufgeführt. Schicki. Die ganzen Sachen, die kommen dann erst später. Das wird ein Mini-Spiel hier sein. Das ist die Simpkin. Kommt ein neues Bericht hin. Das kriege ich erst Ende des Spiels. Und hier war der Koop-Modus. Genau. Der lokale Koop-Modus. Hier steht immer, an welchem Tag ich mich gerade befinde. Und das war's erst mal. Gut. Also Neko, weißt du jetzt, wie das mit dem Tragen der Pins funktioniert? Du kannst nur gegen die Noise kämpfen, wenn du welche trägst. Das ist jetzt ein Schweine-Noise. Die sind sehr ätzend. Okay. Du bist bereit? Du bist bereit? Du bist bereit? Du bist bereit? Hier kommt es! Hup! Hup! Dive! Yeah! Uh, geschafft! Easy. Sind nämlich gar nicht so easy. Rang A. Ja, hier wird mir jetzt immer aufgezeigt, was für Leistungen ich erbracht habe. Die gibt's erst ab Schwierigkeitsgrad normal. Wenn ich jetzt einfach hätte, würde ich keine Leistung kriegen und keine extra Punkte. Hier wird mir dann meine Pin-Punkte angezeigt und die ganzen Faktoren. Und das ist das Item, was dieses Schweine-Noise gerade gedroppt hat. Gut, wie erkenne ich jetzt, ob ein Schweine-Noise sich hier befindet? Das erkenne ich immer an dem Symbol, wo jetzt der Pointer drauf ist. Direkt neben dem Handy, wenn das leuchtet, ist hier ein Schweine-Noise in der Nähe. Ich frage mich, in welcher Drogerie diese super heiße Schnecke arbeitet. Wenn sie den Schönheitswettbewerb ihrer Uni gewonnen hat, muss sie einfach toll aussehen. Schönheitskönigin, okay. Aber ich hab so das Gefühl, hier gibt's sonst keine Neues. Ne, gibt's nicht. Das kann man immer gut hören. Da müsste nämlich so ein komisches Geräusch auftauchen. Und dann weiß man, dass hier sich ein Neues befindet. Habe ich auch. Ich bekomme. Bekomme eine Gänsehaut. Warum spüre ich so viel negative Energie? Als ob du bist. Und einmal... Arma. Arma? Du Arma, Mr. Moyai. Du scheinst dir wirklich nicht wohl in deine Haut zu fühlen. Die Leute haben dich auf einen Sockel gestellt und die Vögel kacken und dir auf den Kopf. Was für ein Leben. Übrigens, das ist ein Entwickler des Spiels. Der Typ. Das ist einer der Entwickler. Schon wieder ein Kerl in Rot. Und bestimmt gleich eine. Au. Eine Mauer. Ich wusste es. Hört man das eigentlich gut, wenn ich so ein bisschen leiser spreche? Wenn ich so die Gedanken von dem vorlese? Weil dann möchte ich ein bisschen leiser sprechen, damit man so ein bisschen Unterschied hat. Das würde mich interessieren. Wir müssen also nur ein paar Neues besiegen, ja? Ist so langsam. Kann ich denn alles alleine machen? Eku, wo gehst du hin? Ich weiß, was du bist. Meine Bedingung hebt den Fluch der Statue auf. Du bist ein Reaper. Werd nicht fürs Quatschen bezahlt. Spiel das Spiel. Deine Zeitverschwendung. Den Fluch der Statue aufheben, was? Fängt genau wie die Mission. Ah, Chico ist hinter der Mauer. Warte. Neku. Bitte hör auf, ohne mich wegzugehen. Hey. Ich heiße Shiki. Sag mal Shiki. Hey. Ich sehe noch eine Statue. Oh ja. Der Moai. Hier auf der Osterinsel kommt ein Moai her. Moai. Mit Y. Sie haben mich nie gefragt, wo das Ding herkommt. Glaubst du, es ist verflucht? Keine Ahnung. Für mich sieht das ganz normal aus. Sehen wir mal nach. Wenn du von nun an zulässt, dass die LP von Neko und seinem Partner auf Null sinken, ist das Spiel vorbei. Aber keine Sorge, du kannst genau da weitermachen, wo du aufgehört hast, indem du auf Weiterspielen tippst. Versuch deine Pins vor dem nächsten Versuch neu zu mischen. Koop. Füge das Koop-Menü zum Startmenü hinzu. Im Koop-Modus kannst du mit Hilfe der Joy-Kong einen Freund zur Hilfe rufen. Chiki Koop. Ab jetzt kannst du im Koop-Modus als Chiki spielen. Schau dir ihre Spielweise im Koop-Menü aus an. Aha. No-Noise! Muss der Fluch sein. Wenn wir alle diese Noise auslöschen, vielleicht können wir ihn dann aufheben. Komm schon. Kannst du es mir erzählen? Er drückt dich etwas. Der Typ. Wen redet er? Sag mir, was dir Kummer bereitet. Wir sind nicht alle aus Stein. Neku? Der Mann doch wie so auf die Pelle. Fußball, du armer... Chameleon! Seitdem ich das Krokodil Ben Shinta gesehen habe, möchte ich unbedingt ein Haustier. Vielleicht ein Chameleon? Wie man sich wohl eins hält? Ich frage lieber mal Shinta. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt gleich mal den Koop-Modus. Mr. Miao Schlag. Tippe auf einen Gegner, um zu schlagen. Tippe mehrmals auf einen Gegner für eine mächtige Kombo. Mr. Miao Tritt. Führe einen Hieb im leeren Raum aus, um nahe Gegner mit einem Doppelkick anzugreifen. Mr. Miao Lasso. Hier im leeren Raum, um mit einem mehrfachen Lasso Schlägen großen Schaden auszuteilen. Mit einem mehrfachen Los angaard auftreten. Mit einem außerstill trockenden원igen Cl формen als огnes zu gehen. Herr App Bird. Herr App! Cycle zum Schaden Piepen und irgendwo baik somit! Ich würde etwas sagen, dass wir in der Osten Islands nicht lang付 Pepper überzeugen anозможно. Sie liefern aberiplier zu machen. Ich würde sagen, das kriegen wir hin. So, dieses Geräusch meine ich, dieses Aufploppen quasi. Schlechte Idee, haben wir schon eine schlechte Idee. Ah, diese neuen Schuhe, meine Fersen tun höllisch weh, ich bin vorne ziemlich lang, deswegen habe ich sie eine Größe kleiner gekauft. Schlechte Idee. Ja, das haben wir schon und das ist... Ich werde versuchen, meinen eigenen Duft zu kreieren, den Duft der Niedlichkeit, die Leute werden ihn lieben. Nein, sie ist weg! Fuck! Egal. Versuchen wir das mal aus mit dem Korb. Ach du Scheiße. Äh, hier. Moment, äh... Ach, fuck! Das ist das Lasso, okay. Okay. Und dann Lasso. Ja. Gott, das ist zu schwierig. Ich wollte nur mal alle Sachen zeigen. Also, das machen wir nicht. Noch einmal. Geh bitte wieder auf. Einzel. Danke. So, 20 Minuten haben wir noch. Machen wir den auch mal fertig. Ein neues, neues. Ein neues, neues. Geh bitte wieder auf. Na los! Stirb! Danke. Oh, ich liebe die Musik. Uh, Level Up. Sehr schön. Den Treffer in Folge, Neko Solo gewinnen und keine Pin Drops. Ach, wenn ich keine Pins kriege, kriege ich also auch eine Leistung dazu. Okay. Und keinen Schaden erlitten. Das ist mal gut. Tier erfüllt. Dieser Mojai wurde also von Neuss kontrolliert und wir mussten scannen, um das herauszufinden. Wir haben rot. Ja. Zweck. Aber jetzt kommen wir wahrscheinlich durch. Wir haben die verfluchte Skulptur gefreit. Heißt das, wir haben die Mission erfüllt? Mal gucken, was der Countdown jetzt sagt. Nein, das war nur, um durch die Mauer zu kommen. Wiehst du? Mein Timer läuft noch. Okay, ich war ein bisschen langsamer, aber hey. Stimmt. Meiner auch. Naja, immerhin ist die Mauer weg. Los. Los. Wir suchen diesen Hachiko. Unser eigentliches Ziel. Neko. Du redest, als ob du noch nie davon gehört hättest. Nö. Ist Hachiko. Was? Ich kann's in diesem Land leben und Hachiko nicht kennen. Ja, auf dem Platz, wo wir uns gestern getroffen haben, steht eine Statue. Das ist Hachiko. Jetzt habe ich aber eine Frage. Wie bist du darauf gekommen, wie man an der Mauer vorbeikommt? Nicht schon wieder. Okay. Na gut. Gehen wir einfach zu Hachiko. Oh, erweitert dein Set. Deine Sets um einen zusätzlichen Pinplatz. Öffne das Pinmenü über das Startmenü und stecke dir einen zusätzlichen Pin an. Wenn du einen Sticker hast, verleiht er dir besondere Fähigkeit, die in deinem Infofenster beschrieben wird. Jetzt wird sie durch der Schnapp. So, du kannst sie sammeln im Laufe des Spiels oder... ...und so. 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 Was heißt denn, dass er auch verflucht ist? Geschafft. Und wir haben noch eine Menge Zeit übrig. Haben wir uns gestern getroffen. Die beiden Orte hängen also zusammen. Okay, dann heben wir mal Hachikos Fluch auf. Was schlägst du vor, wie wir das machen? Ähm... Äh, also... Vielleicht müssen wir die Neues rundherum auslöschen. Oder... Ja... Sie hat keine Ahnung. Kann ich mich auf andere Leute finden? Ich habe keine Ahnung. Hey, ich wette, dass Hachiko auch von Neues kontrolliert wird. Scann dir die Statue. Aber kommt dir das nicht zu einfach vor? Kommt dir das nicht zu einfach vor? Oh, ich höre ein Schweine-Neues. Keine Neues in der Nähe der Statue. Hast du schon gescannt? Weil es Hachiko nicht verflucht? Wir bei der falschen Statue? Hey! Ja? Hey, schau mal, Neku! Weißt du, wir haben keine Zeit, noch eine Statue zu suchen. Gerade an Neku! Was? Mit Hachiko stimmt was nicht. Und zwar was? So, machen wir den mal wieder an. Hm, ich weiß nicht genau. Aber die Statue sieht heute anders aus als beim Hachi-Festival. Dann sehen wir uns mal, dann sehen wir sie uns mal genauer an. So, hier ist irgendwo ein Schweine-Neues. Da. Eben Minuten, fuck. Das war gut. So, gucken wir uns die Hachiko-Statue an. Hm, irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Als ich ihn beim Hachi-Festival gesehen habe, war Hachiko ganz anders. Was ist das Hachi-Festival? Oh, eine Riesenparty. Bei dem Fest wollen alle Hachiko berühren. Das bringt Glück. Wenn man ihn an der richtigen Stelle auf die richtige Art berührt, gehen alle Wünsche in Erfüllung. Wow, nett. Das Fest findet jedes Jahr statt. Und jedes Mal muss man eine andere Stelle berühren. Aber wenn man die falsche erwischt, explodiert man. Wird man verflucht. Hm. Klingt ganz schön extrem. Also, die Hundestatue ist Hachiko. Sollte man näher rangehen. Hm, Hachiko scheint weniger liebenswert. Was? Was sollen wir tun, Neku? Weitere Infos suchen. Also, dieser Fluch. Ähm, ich weiß, dass das nicht stimmt. Ja, lass dir ruhig Zeit. Wir haben schließlich genug davon, weißt du. Ich zähle mich inzwischen gründlich um. Okay. Nervensegen. Warum lassen mich die Verkäufer nicht einfach in Ruhe? Wenn sie wollen, dass ich was kaufe, sollen sie die Klappe halten, damit ich mir ihr Zeug auch ansehen kann. Fünf Stunden? Hm, ich bin viel zu... Ja, okay, das können wir. Hachiko. Hachiko scheint auch bekümmert zu sein. Wenn ich doch nur die Flecken auf seinem schweren Herzen wegpolieren könnte. Verzeih mir, Hachi. Hey, Hachiko sieht in letzter Zeit so niedergeschlagen aus. Meinst du nicht auch? Hat es nur mit diesem Typen und den Statuen auf sich. Es muss ihm so gehen wie dir. Er treibt in einem Meer voller Leid. Wenn ich doch nur all seinen Kummer wegpolieren könnte, dann würde es ihm wieder besser gehen. Dein Herz würde wieder erstrahlen. Hachikos Kummer wegpolieren? Ist doch... Quatsch. Hey, Neku, das müssen wir ausprobieren. Was denn? Polieren. Hachiko sieht ein bisschen dreckig aus. Und ich habe diese komischen Flecken an ihm gesehen. Wenn das jetzt ein Zauber ist... Oder wenn einfach nur jemand mit einem Filzschimpf geschmiert hat. Naja, das ist der einzige Hinweis, den wir haben. Na gut, probieren wir es. Yeah. Drei Minuten. Fuck. Ich muss mich beeilen. Komm, komm, komm. Sprechblase. Na los. Mach die Sprechblase an. Danke. Hey. Ja, jetzt können wir Hachiko von dem Flug befreien. Schnell, rüber zu Hachiko. Da sitzt du immer so viel. Fucking drei Minuten. Was sollen wir tun, Neku? Hachiko polieren. Okay, Neku, lass uns polieren, was das Zeug hält. Meinst du nicht, damit fallen wir so richtig auf? Keine Angst, uns schaut niemand zu. Was ist schon dabei, wenn uns jemand sieht? Wie wir einen Steinblock streicheln? Na gut, was soll's. Okay, Neku, lass uns polieren, was das Zeug hält. Oh, komm. Drei Minuten vierzig. Hast du was gesagt, Neku? Nö. Also weißt du, je mehr wir polieren, desto weniger sieht das Ding wie Hachiko aus. Hör auf zu knurren und polieren. Ich knurre nicht. Neku, da ist etwas aus der Statue gekommen. Zwei Minuten. Was für drei Wölfen. Ich denke, wahnsinnig. Yes. Den ersten hätten wir. Den zweiten haben wir. Okay, wir wollen festhalten. Wir hätten niemals alle Neues geschafft. Verteidigungsbonus. Shiki-Sticker erhöht Nekus Verteidigung, solange er Shiki als Partner hat. Je mehr dieser Sticker zusammen ist, desto robuster wird Neku. Geschafft. Neku, wir haben es geschafft. Der Timer ist weg. Die Neues haben also den Mouyai und Hachiko kontrolliert. Und unsere Mission war es, sie aus, beiden zu vertreiben. Hey, Neku. Ja? Du hast vorhin gesagt, dass du keine Freunde brauchst. Ja, und? Naja, Hachikos Rätsel hättest du ohne mich nicht lösen können. Was? Wovon träumst du nachts? Wenn ich das Muster nicht entdeckt hätte, hätten wir die Mission nicht geschafft. Hör mal, Stalker. Ich brauche dich nicht, um ein blödes Rätsel zu lösen. Ja, klar. Also, wenn du mich fragst... Das ist so nervtötend. Was? Ihr zwei schon wieder. Hä? Diese Stimme. Du warst gestern am 10.04. Du bist dieser Reaper. Oh, entschuldige bitte, dass ich meine Arbeit mache. Dann stimmt es also. Ein Reaper? Sieht die Mission aus? Wisst ihr, ihr schuldet mir eine Schüssel Rahmen, weil ihr nicht verschwindet, wie es sich gehört. Das... Äckchen ist ein IFA? Was ist? Zu erschrocken und zu antworten? Vielleicht kommt ihr davon wieder zu euch. Was? crp Ostfights! Pfand! Zul mal 15min supplies! Zul mal 15min Neki Und zwar auf Kann ich öffnen Köronte Er May Go Ok Oh, Boss erledigt. Cheeky Sticker erhöht Cheeky's Angriff, je mehr dieser Sticker du sammelst, desto stärker wird sie. Eisschlag, führe einen Hieb im leeren Raum von unten nach oben aus. Das wird so heftig schwierig. Und ein Scharlachid. Diese Neuss ist hier als die anderen. Wow, ihr seid echt stärker als ich erwartet habe. Aber das Spiel ist noch nicht zu Ende. Das nächste Neuss wird ein Killer. Nein, ich halte das nicht durch. Ich habe nur eine Chance. Ich muss sie erledigen. Jetzt sag bitte nicht, dass du gegen mich kämpfen willst. Wie dumm kann man sein? Du hast keine Chance gegen einen Reaper. Aber okay, ich bin dabei. Mir wurde sowieso langweilig. Was? Er hat ihr eigenes Neuss alles gelöscht? Sie ist erstaunt aus. Die Neuss liegt auf eurer Seite? Ah, wie geht? Wirf uns ja nicht in einen Topf. Neuss sind nur Werkzeug. Spielfiguren. Genau wie ihr Spieler. Hahaha. Ich kann dieses gar nicht gewinnen lassen. Aber kann ich sie aufhalten? Ich habe keine Ahnung, wie stark sie ist. Geil. Ich muss es probieren. Nicht, Neko. Du darfst nicht gegen sie kämpfen. Ich kann mich in einer Sekunde auslöschen. Ah. Oh, was ist? Gibst du etwa auf? Langweilig. Mach mir doch nicht solche Hoffnungen. Spielverderber. Jetzt wo ich gerade in Stimmung bin. Vielleicht sollte ich die Sachen einfach zu Ende bringen. Hm? Hm. Aber ich kann es nicht. Hm? Das ist jetzt aber unpraktisch. Hm. Ich weiß was. Wir probieren etwas Lustiges. Eine kleine Bonus-Herausforderung nur für dich. Wenn du sie schaffst, entlass ich dich aus dem Spiel der Reaper. Du? Wirklich? Worauf kannst du wecken? Nettes Angebot, was? Also, was sagst du dazu? Ja. Ich kann hier raus. Neko. Nicht. Hör nicht auf sie. Ruhe auf den billigen Plätzen. Also, machst du mit oder nicht? Ich bin dabei. Neko. Yay. Braver Junge. Komm, wir fangen gleich an. Oh, ich vergaß zu erwähnen. Wenn du versagst, lösche ich dich aus. Was? Zum Glück sind die Regeln ganz einfach. Du hast eine Minute Zeit, um dieses Mädchen auszulöschen. Was? Die auslöschen? Yep. Boom. Kaputt. Ganz einfach. War einfach so, als ob du ein neues auslöscht. Juhu. Das ist praktisch schon erledigt. Okay. Fertig. Start. M-Moment. Verdammt. Ich soll jemanden für sie umbringen. Aber das kann ich nicht. Aber wenn ich es nicht mache... Neko. 30 Sekunden. Immer noch unentschlossen? Dann habe ich noch eine kleine Motivation für dich. Dieses Mädchen hat für die Reaper spioniert. Was? Sie ist eine Spione? Hey, was redest du da? Danke, dass du dich so oft gemeldet hast. Ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Halt die Klappe! Du lügst! Meko, sie erfindet das alles. Dein Handy. Warum spielst du die ganze Zeit mit deinem Handy? Hä? Oh, ich habe... Nur... Nur spioniert! Ich kann es nicht besonders gut verbergen. Ich habe nicht spioniert! Ich schwöre! Tschüss und danke für das Spiel. Zehn Sekunden. Du bist der Starkliner. Mach die Dinge auf deine Art. Worauf wartest du? Tu einfach, was dein Instinkt dir sagt. Rette dich! Vergiss alle anderen! Okay? Nicht Neko! Töte mich nicht! Ich muss! Please! Don't kill me! Töte mich nicht! Chapter Closed! Chapter Closed